Hm, zieht aber Gesundheit ab. Ja und? Mag ich nicht. Gibt ja dafür aber auch mehr Schild, als du hast, oder? Ja, aber meine Gesundheit ist wichtiger, weil meine Gesundheit kann ich instant aufladen. Guck, ich hab hier einen roten Schalter, den ich nicht aktivieren kann, aber gern aktivieren würde. Ja, musst du natürlich eine Reihenfolge machen, oder so. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir dieses Reißflugel gelöst kriegen, mal ebenso. Ob hier in Nähe irgendwas ist, was darauf hinweist, was man tun muss. Kein schlechter Anfang! Kann ich nicht. Nö, wirklich nicht. Nö. Dann kämpfen wir uns halt hier einfach durch. Sieht so aus, sieht's aus. Ich wollte den Teil so totschlagen, Konstantin. Rechts machen, Kiste. Wir kämpfen jetzt zur Lore durch. Da ganz hinten schlechte Waffenkiste. Ja. Und mal schauen, was denn für Waffen das waren. Feuer... Explosion, okay. Okay, nur weiter dann. So geht das. Jetzt geht über Heilung. Ja. Mhm. So, ich hab die Lore gefunden. Jo. Hier irgendwo. Auf der Brücke wahrscheinlich. Mal da drauf. Hier steh ich schon hin. Cool. Ich hab das die Lore. Also wenn es eine ist. Es sind einige Lore. Ich hab das die Lore. Wahrscheinlich ist diese hier gemeint. Das ist eine alte Dahl Maschine. Wenn du gerade in der Nase gepopelt und verpasst hast, wie sich Sanctuary in die Lüfte erhoben, Weißt du vielleicht nicht, dass die Dahl Corporation früher mal reges Interesse an Dahl-Sno-Sno-Stoffen hatte? Hier muss man schieben. Okay. So Team Fortress-Style. Ja, nur dass du die per Hand schieben musst. Dann leg ich mir das Crystal 4 ab. Luftschleuse 1 erreicht! Bitte! Das ist gerade zu killen. Ach, Treffsicherheit ist sowieso überschätzt. Ja, ich hab keine Raketen mehr. Auf gar keine. Bei einer beeindruckenden Überqualifizierung für niedere Tätigkeit nehmen wir noch neben eine Minenlure her. Spätze! Zurück zu unserer Geschichten. Es war schwierig für die Dahl-Bergarbeiter das Iridium von diesem Planeten zu schaffen. Bitte? Franz, komm her. Oh, shit. Könnt ihr mich einfach alle... ... nützen? Ja, wir können's versuchen. Mit Teamwork. Ah, nee, fuck! Fuck! Ah, ich verrisiere mich, ich ignoriere mich von den Leuten gerade. Das ist schon okay. Ja. Ah, ich hab Thresher hinter mir! Ja! 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 Ich bin drin! Ich bin richtig! Wieso hat mir keiner gesagt, dass ich drei Strayhand bei mir hatte? Weil keiner da war! Und wieso hab ich keinen Schaden gemacht? Boah, ich bin grad im Superdings gestorben. ... und hab mir nicht passiert. Kommen wir zu... äh... Kriegst du das noch hin? Nein! Nein! Kein Fall! Hab ich noch? Ne! Kurz hab ich's geschafft, dann wurde ich weggeschleudert. Muss! Ich schiebe jetzt halt mal den Karren weiter, ne? Ja! Ich komm hinterher. Ja, ist ganz gut, dass ich das mache, weil es ist nicht so schön anzusehen. Du siehst nur einen Buggy-Karren, der vor dir her und her wappelt ihm. Dann komm halt mit, Death Trap. Soll das eigentlich die Viecher killen, aber was soll's. Dann killst halt die Viecher hier. Gut gemacht, Junge! Ah, nein! Ah, nein! Jetzt grad nicht! Wieso Drecksviecher, ey? Oh! Best Mod! Nein! 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 Gott, Junge! Ja, gut, die Leer eigentlich. Äh, nein! Eredium! Ja! Eine Cap-Clust-Mod! Hm! Hm! Wacht, ey! Tick! Smg-Schaden und Smg-Genauigkeit. Ja, das ist unpraktisch. Bringt mir nichts. Ich öffne mal die Schleuze in der Zeit, ne? Jo! Weil das war jetzt. Unangänglich. Wow! Hättet ihr draufschießen können? Ich hab den grad auch hochgehoben und so. Ja, bin ich grad bei. Aber ich muss noch nachladen zwischen drin, ne? So, ich schieb da mal weiter, ne? Ich liebe ja meine Nahkampfangriffe irgendwie. Die sind so heftig. Jetzt gehst du wahrscheinlich auch ein Stück weit, oder? Hm? Schau mal, wo wir jetzt sind. Ja! Ich hab den anderen Skill, der das verbessert. Irgendwas, der ultimativen Rückstoß macht. Ab und zu. Ball. Boah, das hätt ich jetzt gern gesehen. Aha. Jetzt nicht. Die nerven, ne? Klein wenig. Zeit für Roboter-Action! Ach, das... sie will das kaputt machen. Ja. Ach, du denn. Ja. Ja. Weg. Mann. Verliegen wir auch Sachen. Ja. Ich will dir deine kleinen Triumphe ja nicht mit tiefschürfenden Gedanken versauen, aber es besteht bestimmt ein Zusammenhang zwischen der Kammer als Brutstätte von Dämonen und den unbegrenzten Eridium-Vorräten auf diesem Planeten. Eines Tages werde ich diesen Zusammenhang aufdecken und erfinde vielleicht sogar einen Schnupfentanz. Was? Fällt es? Fällt es? Okay, dann doch nicht. Ach. Ne. Ja, ich konnte den letzten Schuss nicht mehr aufgerechnet. Will die sich verpuppen? Die ist noch voll mit ihm. Vielleicht gleich. Wenn sie nicht zerfällt. Ah! Kiste! Waffenkiste! Und? Konzentration! Awww. Wackkiste. Fuck it. Ist eh nur Müll drin. Geldkiste! Die Eridium ist nett. Jo. Sonsten zwei Kack-Waffen. Resistenz? Aber! Also Fakt für die Waffen. Ähm. Die sieht nice aus eigentlich. Die Resistenzschaden. Resistenzen. Joa nö. Joa ich hab 11% Ja nehm ich. Also ich nehm das Resistenzteil. So. Jemand kann das Leben gerne haben wenn er will. Du. Stopp! Joa. 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 Jaa. Lustig aussehende Sniper. Die wahrscheinlich relativ schlecht ist. Aber Slag... Aber dafür dass ich 0 hatte ist 15 jetzt Schroeder. Ja die ist schlecht. Da liegt Geld. Joa. 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 Vielleicht solltest du mich nicht einsperren. Oi? Wieso leuchte ich grün da unten? Wieso ist grün? So grünes Leuchten am unteren Weltrand. So. Vielleicht weil sich deine Muni auffüllt wegen mir. Eigentlich nicht. Hör zu du herzloses Miststück! Mein Team hat Schusswaffen! Dein Team hat Spitzhacken! Weg mit dem Schiff oder wir machen es selbst! Sicherheits-Offizier Booth, Ende! Ich hab noch einen Schalter gefunden, den man nicht ziehen kann. Andere haben auch Schusswaffenherzchen. Und jetzt, sofern niemand aus dem Team der Verstorbenen Miss Booth Einwände hat, bringt mir die gottverdammten Kristalle! Oh, ich hab diesen Ausgang geöffnet, den wir grad nicht öffnen konnten. Wala! Ja! Nummer 5 lebt! Wieso seid ihr da unten? Ich bin hier oben irgendwo. Geil! Und sowas kriegt im Wissenschafts- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Einer verpuppt sich! Indiktion! Wollt ihr hochkommen? Ist ne riesige lange Leiter, bis die hochkommen. Ich bin schon aber Leiter drauf. Nicht hochkommen! Hier in einem Spiel! So, ist gleich wieder aufgeladen, ich kann gleich wieder hochheben! Ich seh' nichts, ah! Guck' ich aber in einer Fresse hängen! Guck' ich schüt'n! Sehr schön. Da haben wir's. Ist hier noch Money dran? Eigentlich ist hier nie Money dran, ne? Dann können wir wieder runter gehen. Oh, da ist noch was! Echt? Da geht es noch, ja? Meinte ich gar nicht. Was meinst du? Doch ein Tor. Das kann's raus. Meinte ich gar nicht. Nein! Ah! Und die Leiter zum dritten Mal aufklittern. Meine Fresse. Da ist dieses Artefakt an der Wand an der anderen Seite. Darf ich hin? Ich guck mich da hin, komm. Komm da nicht rein! Du siehst, was ich meine, ne? Ja. Das sind so Geheimnisse, die man sammeln kann. Ja, springen wir ins Gesicht. Ha. Gerne. Immer wieder gerne. Leide. Verdient. Das ist natürlich jetzt, äh, ne dumme Sache. Und hier aus vielleicht. Ich bin drin. Sehr schön. Und? Was ist wert? Das sind einfach nur diese Herausforderungen. Das Kult der Kammer. Entdecke diese Symbole. Ah. Mehr nicht. Die gibt's überall immer mal wieder. Ja. Und dort. Gehen wir da heute? Oh Mann. Hm, wie bin ich denn jetzt? Ja, wir müssen ja Spider-Dans killen, ne? Die, die hier respawnen, zum Beispiel? Wir alle sterben. Wo auch immer du gerade wieder steckst. Da draußen. Ich bin einfach nur rausgegangen. Fantastisch. Immer feste Druck! Halt! Level. 19. Hier ist 10. Mehr Munition für uns. Du hast mehr XP als ich. Wow. Genau. Wieso ist das so wow? Weil das ist schon ein Längers. Einfach besser ist, du. Ich krieg ja ziemlich viel EP dafür, dass ich die ganzen Leute die ganze Zeit heilig ist. Ja, stimmt. Und wiederbelebe wohl eher. Perfekt. Lasst knacken mit den Packen! So, jetzt brauchen wir nur noch diese eine einzelne Lok. Dann haben wir die Quest auffällig. Ja, dann laufe ich schon mal in die Richtung, ne? Jo. Genug. Florieren. Er hat ne Königin, deswegen. Ja. Ja. Du hast ja auch Level 19. Ja. 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 Hier auch? Nö. Ich hab die Lok gleich. Keine Sorge. Okay. Dann betle ich mich hin und wissen was. Äh. Äh? Die ist hier unten irgendwo? Okay. Ach, da. An ihrem Grabstein. Aha. Aha. Ja, das war ziemlich düster. Bitte komm bald möglichst zu mir zurück. Was machst du da gerade? Was machst du da gerade? Hä? Simon, was warst du da gerade? Ich komm grad zu euch. Ich komm grad zu euch. Ich schau grad, ob wir noch... ...weite... ...Fests hier haben. Haben wir tatsächlich. Wohlbehalten. Und Du hast mal pioneers für heute gerade gesprochen. Also ein paar Mal wieder. Ich höre dich. Ja. Okay. Ein Nekrophage, aha. Dich. Ich laufe da mal zum Safe, ne? Jo. Ja, super. Geste. Muni, okay. Ich hab den Ort gefunden, wo die Waffenmaschine ist. Ich kann meine Waffenmaschine kriegen. Cool. Wo? Da, wo ich bin. Los, oder? Kein schlechter Anfang. Und dann. Okay. Okay. Noch mehr Eridium? Ich habe immer Neuware! Schau mal wieder rein! Oh Gott! Ah, das ist Feuer! Dann nehme ich nicht meine Feuerwaffe! Immer feste Druck! Alter! Ah! Das habe ich aber auch nicht gesehen! Meine Güte! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das regelt sich ja quasi von selbst! Ja! Ach, hier sind wir wieder! Okay! Oh Gott! 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 Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Und jetzt durften wir uns alle ins Gedächtnis, dass das die Mutter von Ellie ist. Ja, und? Ich mein's nur. Naja. Hat Feuerwaffen zum Verkaufen. Will auch wieder. Was ist das hier? Ja, sieht so aus. Also ganz ehrlich, ich würde die... Was würde uns Markus dafür geben? Äh, hä? Hat nicht zugehört. Äh, weiß ich, Markus? Und... Äh, steht nicht dran. Ah. Also ich würde die einfach schon aus reiner Grundeinstellung zum Oxy geben, aber hey? Ja, einfach mal nachher nachschauen. Jo. Auf geht's! Ja, da lang? Gut, gehen wir da lang. Ja, der andere, der geht nicht. Ja. Ist mir aufgefallen eben. Ich muss gleich nochmal den Skill wieder aufbessern. Später. Schnellf, schnellf. Güte. Greif. Oh. Eure Blasen. Sehr gesund. Hey, liegt irgendwas Blaues. Wohl für das Hautbild. Ach, ne, auch nur eine Witch-Klassen-Mod. Aber eine Blaue. Könnte gut sein, vielleicht. Boah, diese Viecher, ey. So, einfach ignorieren und weiße laufen. Oder ich schieße den Leiden und schieße den Leiden und schieße den Leiden und schieße den Leiden. Oder beides. Ich schieße den Leiden und weiße Laufen, vielleicht ist eigentlich schlecht. Ich hoffe, du bist geimpft. Ne, alles nix für Interesse. Auf zum Frostbarn Canyon. Seid ihr soweit? Gleich. Nein, Sekunde. Wir können es doch erst mal umrüsten, wenn ihr wollt. Naja, jetzt bin ich fertig. Konntest du aber noch nicht. So, passt. Vor allem nicht daraus, Simon, sondern hier durch. Okay. Wir dann direkt da sind, wo wir hin müssen. Ganz grob.